Musik Herzlich Willkommen zum wahrscheinlich kürzesten Video auf dem Kanal von TheGameCutie Es gibt endlich mal wieder eine mehr oder weniger kleine Verlosung Und zwar bieten wir deshalb diesmal für jede Plattform etwas an Und zwar hätten wir da einmal eine PSN-Card im Wert von 20 Euro 2000 Microsoft Points und eine 25 Euro Paysafe-Card Wenn ihr mitmachen wollt, das ist ganz einfach mitzumachen Jeder kann mitmachen Ihr schreibt einfach in die Kommentare, was ihr gewinnen wollt Und abonniert uns und das war's schon Mehr müsst ihr nicht machen, dann wartet ihr ein paar Tage oder 1-2 Wochen Und dann wird auch schon die Verlosung stattfinden Also, mitmachen ist einfach, mitmachen kann jeder Wir sehen uns im nächsten Video, ciao